Ich zeig dir jetzt meinen heftigen Serapoppik, du wolltest ihn sehen. Hm, was soll ich sonst spielen? Discharge oder was? Ja, stimmt man. So wie immer am Anfang der Season. Aber eigentlich bockt das Grinden doch, man. Irgendwo ist das funny. Achja, ich hab hier Flash auf Serap, deswegen laberst du das. Stimmt, stimmt man. Das sagst du mir jedes Mal, wenn ich den spiele und ich vergesse es immer wieder das zu ändern vorher. Das einzige, was ich noch fühlen würde, ah shit man, wäre glaube ich Full Heal. Junge, ich muss hier weg. Das arme Pika man. Hä? Ja perfekt man, danke dir. Gehen. Gehen. Wenn doch. Digga, ich dachte du willst, dass ich helfe, also angreife. Hast du gepinkt man? Ich habe es nicht gesehen. Ich bin konzentriert sein Vater. Ja, die Ulti hat sehr wichtige Zeit rausgeholt, ja. Ja komm, der will nicht. Ja komm, der will nicht. Ich habe es gesagt man. Gehen. Ja komm, der will nicht. Ich habe es geschafft. Ja komm, der war es geschafft. Nein Das sollte ein bisschen nach oben Das ist eigentlich ein 90 Wie kommst du von einer Woche auf 90 Tage Hörst du mich gerade? Vielen Dank für deinen Support